Auch am Samstag sind wir wieder für Sie da. Damit Hallo zu Friesan. Wir starten in Delmhorst, in Niedersachsen. Dort hat ein Mann, der auf einem Fahrrad unterwegs war, auf ein fahrendes Auto geschossen. Die Kugel durchschlug die Scheibe und verletzte die Fahrerin schwer am Kopf. Die Tat soll nach ersten Erkenntnissen geplant gewesen sein. Und was daran zusätzlich erschüttert, die Kinder der Frau mussten das alles miterleben. Gefahren müssen nicht offensichtlich sein. Man sieht es nicht, man hört es nicht, man riecht es nicht und man schmeckt es auch nicht. Doch es ist hochgiftig. Die Rede ist von Kohlenmonoxid. Immer wieder kommt es zu Todesfällen durch dieses türkische Gas. Häufig ist Unachtsamkeit das Problem in einem Mehrfamilienhaus in Ostwestfalen. Was allerdings ein Vogelnest, das beinahe zu einer Tragödie geführt hätte. Kohlenmonoxid ist eine unterschätzte Gefahr. Also besser einmal mehr darüber nachdenken, ob solche Warnmelder zu Hause nicht doch vielleicht sinnvoller sind. Alle Infos dazu bei uns auf brisant.de. Im türkisch-syrischen Erdbebengebiet suchen noch immer tausende Retter nach Überlebenden. Für die internationalen Helfer wird die Arbeit immer schwieriger. Denn inzwischen verschärft sich offenbar mancherorts die Sicherheitslage. Trotzdem geben sie die Hoffnung nicht auf. Aus gutem Grund. Denn auch 5,5 Tage nach dem Erdbeben schaffen sie das, was kaum noch jemand für möglich hält. Sie finden Überlebende. Manche sind allerdings so schwer verletzt und geschwächt, dass sie es am Ende nicht schaffen. Und diese bittere Erfahrung mussten auch die Helfer machen. Und die Retter, die gestern unter großem Jubel eine Frau lebend aus den Trümmern geholt hatten. Wenn Sie schon mal in Japan waren, dann wissen Sie, wie bunt dieses Land ist. Besonders in Tokio blitzt und blinkt es überall. Und an jeder Ecke stehen solche Automaten, an denen man Tag und Nacht alles Mögliche bekommt. Von Getränken, Speisen bis zu allerlei Kuriositäten. Der letzte Schrei, ein Automat, der verkuppeln kann. Liebe also auf Knopfdruck, wie das funktionieren soll, hat sich mein Kollege Ulrich Menken angesehen. Yummy. Ben Afflecks gelangweilter Gesichtsausdruck bei den Grammys sorgt für viele Diskussionen, genauso wie Madonnas neues Aussehen. Sie ist kaum wieder zu erkennen. Und das jetzt mehr in Bresan Prominent. Viele von uns können alle diese Songs mitsingen, die wir Ihnen jetzt vorspielen. Die sind alle Anfang der 90er erschienen. Und sie haben noch eine Gemeinsamkeit. 83 ist kein Alter, um Trübsal zu blasen. Peter Kraus steht wieder auf der Bühne. Und das ist deshalb eine News, weil er seine Karriere ja eigentlich schon an den Nagel gehängt hatte. Und das nicht nur einmal. In der Pandemie hat er sich auf die Helden seiner Jugend besonnen und mit seinen Musikerkollegen online so ein bisschen rum experimentiert. Und am Ende waren alle so begeistert von dem, was da rausgekommen ist, dass Peter Kraus gesagt hat, ich mach's nochmal und geh auf große Tour. Morgen sind wir um 17 Uhr für Sie da. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.